Heute werfen wir einen Blick auf die Special Edition von The Castles of Burgundy, zu Deutsch Die Burgen von Burgund. Ich zeige euch, was in der neuen Version alles drin ist und vor allem, wie sie sich von den beiden vorherigen Versionen unterscheidet. Die Burgen von Burgund ist mit Sicherheit eines der besten und beliebtesten Strategiespiele, die jemals rauskommen. Ist auch eines meiner Lieblingsspiele, insbesondere mein Lieblingsspiel von Stefan Feld, ein großartiger Autor, der ja viele tolle Spiele rausgebracht hat. Und als das 2011 bei Alea und Ravensburger erschien, war ich nicht der Einzige, der das abgefeiert hat. Viele Leute fanden das Spiel richtig gut. Es hat zahlreiche Preise abgeräumt. Es ist aktuell auf Platz 17 der BGG Top 100, also der nach Userwertung besten und beliebtesten Spiele aller Zeiten. Die Leute waren aber nicht hundertprozentig begeistert, was so das Artwork und die Komponentenqualität bei dem Spiel angeht. Da war wirklich noch Luft nach oben. Da gab es immer wieder Kritik und viele haben sich gewünscht, das wäre doch schön, wenn das Spiel ein bisschen besser verarbeitet wäre, dann hätte man irgendwie noch mehr Lust, es auf den Tisch zu bringen. Und so hat Alea dann 2019 eine neue Version rausgebracht. Da war das Artwork doch deutlich anders. Ich muss persönlich sagen, eher verschlimmbessert. Also ich fand, es sah eher nach einem Prototyp aus, als nach einem finalen Spiel. Der Kontrast war irgendwie ziemlich hoch gedreht und so richtig gut sah das nicht aus. Was bei der Version aber schön war, war, dass sie da viele Module und Mini-Erweiterungen, die im Laufe der Zeit rauskamen, da in die Schachtel gleich mit reingepackt haben. Also es war doch deutlich mehr Wiederspielwert drin als in der ursprünglichen Version. Von daher haben viele da auch zugegriffen. Aber so richtig erfreut war man irgendwie als Brettspieler noch nicht. Und jetzt haben dieses Jahr Awakened Realms und Ravensburger zusammen als Team angekündigt, dass sie eine Special Edition von The Castles of Burgundy rausbringen werden. Und die sieht wirklich deutlich anders aus. Also die ist ordentlich aufgepimpt und es ist auch inhaltlich einiges mehr drin. Das Ganze war eine Game-Found-Kampagne. Ich glaube 50.000 Euro waren so als Funding-Goal angegeben. Mittlerweile steht das Ding bei knapp 3 Millionen. Es haben über 22.000 Bäcker mitgemacht. Und jetzt wird eben der Pledge-Manager aufgemacht und da kann man noch mit reingehen. Das war für mich natürlich ein Grund zu fragen, ob ich da vielleicht nicht eine Vorab-Version mal haben kann, damit ich euch das auf dem Tisch hier zeigen kann. Also insbesondere, wo die Unterschiede sind. Und was vielleicht auch Neues mit in der Schachtel drin ist, ganz wichtig, das ist ein Prototyp, steht auch vorne mit drauf. Also ein Handmuster, das heißt die ganzen Komponenten sind jetzt nicht Mass-Production, sondern sind von Hand gefertigt. Das wird auch bedeuten, dass in der finalen Version ein paar Sachen noch ein bisschen anders ausschauen werden. Gerade so was die Farbgebung angeht. Also wenn wir dann uns später auch die Erweiterung anschauen werden, wird man sehen, da sind ein paar Teile auch ein bisschen dunkel, ein bisschen sehr schwarz. Die werden in der finalen Version etwas aufgehellt werden. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kriegt man hier schon ganz guten Einblick, wie das Ding hinterher ausschauen wird. Ich werde euch in dem Video jetzt erstmal nochmal einen kurzen Überblick geben, was das für ein Spiel ist und warum ich das auch so genial finde. Also ganz egal, in welcher Version. Dann gucken wir uns an, wie sich die neue Version von den beiden vorherigen unterscheidet. Insbesondere was Artwork und die Komponenten und auch den Inhalt angeht. Und zum Schluss werfen wir nochmal einen genaueren Blick auf die neue Expansion, die da mit drin ist. Die Vignette Expansion. Denn wir können jetzt auch ein Weingut neben unserem Fürstentum errichten. Mit sehr interessanten Mechanismen. Das ist eine neue Erweiterung, die Stefan Feld selbst entwickelt hat. Und da werfen wir mal einen genaueren Blick noch drauf. Für alle, die das Spiel tatsächlich noch gar nicht kennen, hier also erstmal ein ganz kurzer Überblick. Was ist denn die Burgen von Burgund für ein Spiel? Es ist ein Strategiespiel, also ein klassisches Eurogame, bei dem wir ein Fürstentum leiten. Also jeder Spieler hat ein Tableau vor sich. Da ist ein Fürstentum drauf. Am Anfang ist das noch ziemlich leer, bis auf eine kleine Burg. Und im Laufe des Spiels, also insgesamt über 25 Runden, das Ganze ist gegliedert in fünf Durchgänge, A5-Runden, draften wir Hexplättchen vom zentralen Spielplan und bauen die dann bei uns im Fürstentum ein, um bestimmte Effekte zu triggern und vor allem um Siegpunkte zu generieren. Jeder hat zwei Würfel und zu Beginn einer Runde würfelt man diese beiden Würfel und die geben dann an, welche Aktionen man durchführen kann. Die Augenzahl ist also relevant für die Optionen, die man in dem Spiel hat. Und wenn man dann dran ist, dann hat man zwei Aktionen. Mit jedem Würfel macht man was. Man hat die Möglichkeit, entweder ein Hexplättchen vom zentralen Spielplan zu nehmen und erstmal bei sich zwischenzulagern. Dann hat man die Möglichkeit, eins dieser Hexplättchen bei sich im Fürstentum einzubauen und dann je nachdem, was man da eingebaut hat, Siegpunkte zu bekommen oder irgendeinen Effekt zu triggern. Man kann Handelswaren, die man im Laufe des Spiels gesammelt hat, verkaufen für Silber und Siegpunkte. Oder man kann sich Arbeiterplättchen holen und die sind dafür da, dass man in späteren Zügen diese Würfelzahl manipulieren kann. Denn wie ihr hier überall auf dem Spielplan schon seht, sind überall so kleine Würfelsymbole abgebildet mit einer bestimmten Augenzahl. Und die gibt immer an, was der Würfel zeigen muss, damit man diese Aktion an der Stelle nutzen kann. Also wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Plättchen an einer Stelle einbauen möchte, wo eine 5 abgebildet ist, dann muss ich auch einen 5er Würfel dafür nutzen. Und die entsprechenden Arbeiterplättchen geben einem dann eben Möglichkeit, das ein bisschen zu manipulieren und dann ist man etwas flexibler. Darüber hinaus kann man theoretisch in jeder Runde noch eine Extraaktion machen, indem man sich am Schwarzmarkt bedient. Da kriegt man nochmal Extraplättchen, die man einbauen kann. Aber dafür muss man erstmal Silber sammeln, unter anderem über Minen oder über andere Effekte. Kommt also nicht sehr häufig in dem Spiel vor, aber kann dann eventuell auch das Züngeln an der Waage sein. Und so versucht man seinen Plan hier eben vollzubauen. Immer wenn man ein Gebiet abgeschlossen hat, bekommt man nochmal Extrapunkte. Wenn man alle Plättchen einer bestimmten Art, also einer bestimmten Farbe gelegt hat in seinem Fürstentum, kriegt man auch nochmal Extrapunkte. Der Zweite, der das erreicht, ebenfalls. Und so kriegt man wirklich hier für alles, was man macht, Siegpunkte. Und wie gesagt, nach 25 Runden ist das ganze Ding dann vorbei. Und dann wird geschaut, wer insgesamt die meisten Punkte ergattert hat und der hat das Spiel gewonnen. Was ich an die Burgen von Burgund so klasse finde, ist tatsächlich diese Mischung aus sehr, sehr einfachem und intuitivem Gameplay und auf der anderen Seite doch einer ziemlichen strategischen Tiefe und vielen Optionen, die man im Laufe des Spiels hat. Also was ich euch jetzt gerade gesagt habe, sind im Endeffekt schon fast alle Regeln. Das Einzige, was man noch wissen müsste, ist jetzt, was jede spezielle Plättchenart genau macht. Aber ansonsten vom Spielablauf habt ihr eigentlich jetzt alles schon gelernt, was ihr wissen müsstet. Und das ist eigentlich ganz schön, denn dadurch entsteht ein sehr, sehr smoothes Gameplay. Also wenn man dran ist, hat man zwei Aktionen. Man kann sich, bevor man dran ist, weil man die Würfel schon gewürfelt hat, auch schon vorher überlegen, was hat man denn für Optionen, was möchte man als nächstes machen. Dann ist man dran, macht schnell seine zwei Aktionen, holt sich vielleicht irgendwo ein Plättchen, baut eins ein, triggert den Effekt. Und das war es auch schon. Und so geht das relativ schnell rum. Man kommt sehr häufig dran, macht insgesamt halt mehr als 50 Aktionen in dem Spiel. Und mit allem, was man macht, bringt man sein Fürstentum hier irgendwie weiter. Kann den anderen irgendwo davonlaufen, macht irgendein Gebiet zu und so weiter und so fort. Und kriegt eigentlich überall Punkte. Also man wird eigentlich die ganze Zeit mit Punkten belohnt. Das ist vielleicht auch irgendwie das, was den manchen Leuten vielleicht nicht so gut gefällt. Es ist jetzt kein besonders thematisches Spiel. Also es geht wirklich darum, einfach optimiert viele Siegpunkte zu erwirtschaften. Aber dadurch, dass das alles irgendwie so einfach und elegant ist, ist es ein Spiel, was bei mir auch heute immer noch auf den Tisch kommt. Und zwar ganz egal, in welcher Version. Euch interessiert natürlich jetzt vor allem, was an der neuen Version anders ist im Vergleich zu den beiden vorherigen Versionen. Und da hat sich wirklich viel geändert. Also vom Artwork und der Komponentenqualität vor allem, aber auch inhaltlich ist da einiges mehr drin, als in den beiden vorherigen Versionen. Wenn wir als erstes mal einen Blick auf den Spielplan werfen, sehen wir, da hat sich auch schon von der Grafik einiges geändert und ein bisschen die Anordnung, wo die Plättchen liegen. Was ich sehr schön finde, ist, dass es jetzt zwei Spielplanseiten gibt. Eine für zwei Spieler und eine für drei bis vier Spiele. Dadurch bleiben jetzt auch nicht so viele Felder leer, wenn man das Ganze zu zweit spielt. Es gibt auch eine Playmat, die man bei dieser ganzen Kampagne zusätzlich dazu ordern kann. Ich persönlich bin kein großer Fan von Playmat. Ich finde so ein Spielbrett aus Pappe, ehrlich gesagt, ganz schön. Also ich brauche das nicht, aber theoretisch gäbe es die Möglichkeit. Was ein wirklich sehr, sehr großer Unterschied ist, sind die Tableaus der eigenen Spieler, die das Fürstentum darstellen. Also da sieht man einmal, hier ist die Version, wie es ursprünglich ausgesehen hat. Da sieht man, ist auch alles etwas labbrige Pappe und gerade die Farbgebung war jetzt nicht so besonders schön. Also sehr pastellige Farben bei schlechtem Licht. Ich habe das mal in der Wirtschaft gespielt, da war jetzt nicht optimale Beleuchtung. Da hat man quasi kaum was erkannt, also was eigentlich hier, welche Farbe sein soll. Und dann kam eben, wie gesagt, 2019 die neue Version raus von Alea. Die sahen dann so aus. Ich persönlich finde die ehrlich gesagt nicht besonders hübsch. Also von der Qualität hat sich ja auch nicht viel geändert. Also immer noch so labbrige Pappe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so von den Grafiken, hier wie die Würfelsymbole drauf gebaut sind, sieht das Ganze eher aus wie so eine ganz kurze PowerPoint-Präsentation von dem Prototyp. Also hat mich persönlich jetzt nicht so überzeugt. Und die Playerboards jetzt in der neuen Version, die sind natürlich über jeden Zweifel erhaben. Das sind Dual-Layer-Playerboards. Da hat man also hier überall so kleine Einkerbungen, damit man da eben seine Würfel drauf packen kann. Auch sehr schön, diese ganzen kleinen Details. Also man hat hier nicht nur Felder, wo die Würfel reinkommen, sondern auch wo die benutzten Würfel reinkommen, damit man auch nicht durcheinander kommt. Welche Aktion hat man denn schon gemacht? Dann gibt es überall noch so kleine Aussparungen für das Silber, was man hat für die Arbeiter, für die Warenplättchen, die man sammelt und natürlich auch für die Hexplättchen, die man im Laufe des Spiels draftet, so als Zwischenlager. Und was eben ganz schön ist, ist, wie sie quasi diesen Mittelteil gemacht haben. Denn es gibt eben halt unterschiedliche Fürstentum-Pläne. Das war vorher auch schon so. Da gab es auch einige Erweiterungen zu dem Spiel, die man noch dazu kaufen konnte. Und die legt man quasi jetzt hier rein, legt dann noch so ein Gitter oben drüber. Und dann hat man quasi auch hier so eine Art Dual-Layer-Playerboard, wenn man dann die Hexplättchen reinlegt, weil die dann auch nicht verrutschen können. Die bleiben alle an ihrem Platz. Und das haben sie eigentlich ganz gut gelöst, weil man im Endeffekt diesen variablen Spielplan innen drin austauschen kann, aber trotzdem die Funktionalität von so einem Double-Layer-Playerboard erhalten bleibt. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die Variabilität an Spielplänen. Also jeder hat ja ein Fürstentum vor sich liegen. Und bereits im Grundspiel gab es da verschiedene Fürstentümer. Und dann gab es verschiedene Mini-Erweiterungen noch. Da kamen dann noch mehr dazu. Und hier sind jetzt insgesamt 56 dieser Fürstentum-Pläne drin. Die sind auch alle beidseitig bedruckt mit unterschiedlichen Fürstentümern, sodass man eine Auswahl hat aus 28 verschiedenen Fürstentümern. Da sind alle dabei, die in dem ursprünglichen Spiel und den Erweiterungen bisher zu haben waren, plus noch ein paar neue, die es jetzt nur in der Special Edition gibt. Und was ich sehr schön finde, und das ist quasi auch nochmal so ein kleines Detail, jeder dieser Pläne ist insgesamt viermal vorhanden. Das heißt, man kann theoretisch sagen, heute machen wir einen Spieleabend und wir nehmen alle Fürstentum Nummer 7, damit es auch schön ausgeglichen ist. Wir können aber auch sagen, jeder nimmt ein anderes Fürstentum, aber beide Möglichkeiten hat man in dem Spiel jetzt. Was man hier auch schon sieht, ist so das Design. Also ich finde die Farbgebung ehrlich gesagt deutlich besser als in den beiden vorherigen Versionen. Es ist klar voneinander zu unterscheiden, aber trotzdem nicht so super überkontrastiert wie in der Version davor. Und man sieht es hier auch schon, die Größe der Plättchen hat sich geändert. Die sind jetzt im Vergleich zu den vorherigen Plättchen 30 Prozent größer. Dadurch ist alles auch ein bisschen besser zu erkennen, macht auch ein bisschen mehr Herr auf dem Tisch. Aber was das allergeilste an den Plättchen ist, ist, dass jetzt auf der Rückseite draufsteht, was dieses Plättchen macht. Bei den meisten Plättchen, zum Beispiel bei Mine oder Schiff, ist das relativ offensichtlich. Das hat man dann auch drauf, wenn man das Spiel einmal gespielt hat. Aber gerade bei den Städteplättchen, da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Gebäude, oder auch bei diesen gelben Plättchen, die einem so Spezialfähigkeiten geben oder auch bestimmte Möglichkeiten, wie man am Ende des Spiels Siegpunkte generiert. Da musste man dann oft nochmal nachschauen, weil man die Ikonografie nicht so ganz verstanden hat, was macht dieses Plättchen jetzt eigentlich. Und jetzt steht es hier einfach halt hinten mit drauf. Und zwar bei jedem Plättchen, was so eine individuelle Fähigkeit hat. Das heißt, ich muss nicht mehr in der Anleitung nachschauen. Und wer es dann ganz genau wissen will, der hat hier auch noch eine Spielerhilfe. Da bekommt auch jeder Spieler eine. Da ist auf der Vorderseite und auf der Rückseite irgendwie auch nochmal alles zu den entsprechenden Plättchen drauf. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr groß in der Anleitung rumblättern. Und das, finde ich, ist ein kleines Detail, was den Spielplus wirklich deutlich verbessert. In der GameFound-Kampagne kann man diese Plättchen auch noch upgraden. Da kann man also das Ganze auch als Acryl-Version noch bestellen. Ist aber ein Add-on, das kostet nochmal extra. Muss man sich überlegen, ob man das jetzt unbedingt braucht. Was aber standardmäßig mit dabei sind, sind Säckchen. Das heißt, für die verschiedenen Plättchen, die eben alle individuell sind, die man auch vorher sonst immer umständlich stapeln musste und dann gucken musste, wie zieht man jetzt denn da tatsächlich irgendwie random irgendwelche neuen Sachen raus, gibt es jetzt hier so Säckchen, wo die also einmal schon drin aufbewahrt werden und wo man einfach dann die entsprechenden Plättchen rausholt und man den Spielplan neu auffüllt. Ich persönlich habe für die ursprüngliche Version mir damals sogar schon so Säckchen auf dem Sekundärmarkt extra dazu bestellt, weil ich das deutlich besser fand vom Spielfluss. Jetzt sind die eben halt hier mit dabei, wobei die Säckchen, die man jetzt hier sieht, sind erstmal noch so Prototyp-Komponenten. Die werden dann in der finalen Version noch anders ausschauen. Was ein echter Hingucker ist, sind natürlich die Miniaturen, die jetzt in dem Spiel mit dabei sind. Ist auch klar, wenn Awakened Ramse seine Finger mit im Spiel hat, dann gibt es da nicht nur Papplättchen, da gibt es auch Miniaturen. Was in der Special Edition jetzt schon mal mit drin ist, sind auf alle Fälle 16 so kleine Burgenminiaturen. Das Ganze heißt ja auch die Burgen von Burgund. Und da kann man eben, je nachdem, was für einen Spielplan man hat, also welches Fürstentum man hier bedient, meistens so drei bis vier von diesen Burgen dann durch Miniaturen austauschen. Die sind auch alle berühmten echten Schlössern nachempfunden. Also der Geschichtskenner findet hier einige Sachen wieder. Und das Ganze sieht hier auf dem Plan auch wirklich sehr schön aus. Meine Befürchtung war ehrlich gesagt, als ich das zum ersten Mal auf Bildern gesehen habe, dass die Dinger vielleicht so groß sind, dass sie ein bisschen die Übersichtlichkeit auf dem Spielplan nehmen, weil sie auch einfach andere Sachen verdecken. Muss aber sagen, jetzt wo ich es ein paar Mal gespielt habe, war das nie ein großes Problem. Also die Dinger sehen gut aus, hindern aber nicht den Spielfluss. Und wer sein Spiel so richtig aufpimpen will, der kann noch das 3D-Törner-Zusatzpack als Add-on mitbestellen. Da sind dann nochmal 159 weitere Miniaturen drin. Das heißt also, alle Gebäude hier sind kleine Miniaturen. Auf den Weiden sind dann kleine Minischäfchen, die da draufstehen. Also das sieht dann wahrscheinlich wirklich total irre aus. Ich kann allerdings jetzt noch nicht so richtig beurteilen, ob das dann nicht vielleicht doch ein bisschen die Übersichtlichkeit gefährdet, weil das hier in dem Prototyp nicht mit dabei ist. Und man muss auch dazu sagen, das kostet 100 Euro nochmal als Extrapackung. Also das ist wahrscheinlich für die absoluten Hardcore-Fans, die sagen, sie wollen hier wirklich all-in gehen, was die Aufpimpung des Spiels angeht. Ich persönlich habe das jetzt erstmal nicht mitgebackt, aber die Option besteht zumindest. Und ansonsten muss man sagen, es sind auch alle anderen Komponenten hier deutlich aufgewertet nochmal. Also einmal die Spielermarker, die hier die Siegpunkte anzeigen. Die sind jetzt so kleine Büsten. Sieht ehrlich gesagt sehr schön aus. Dann haben wir die Spielereihenfolgemarker. Das sind jetzt so kleine Türme, die man auch sinnvollerweise aufeinander stapeln kann. Denn man kann ja auch hier den gleichen Platz mit verschiedenen Spielern benutzen müssen, weil man da übereinander zieht. Und auch diese Möglichkeit hat man hier in dem Spiel. Dann die Warenplättchen sehen anders aus. Die sind jetzt eher aus so dickerem Holz, Plastik. Also die sehen jetzt irgendwie nicht mehr aus wie diese kleinen Cardboard-Trokens. Die sind auch sehr schön. Dann haben wir ein neues Design der Würfel. Da wird der ein oder andere wahrscheinlich sagen, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man die Zahlen nicht gleich so gut lesen kann. Ich finde, sie passen so vom Design ganz gut in dieses ganze Setting rein. Die Farbwahl gefällt mir ehrlich gesagt auch sehr gut. Dann haben wir als Münzen jetzt Metallmünzen. Da muss man dazu sagen, das sind jetzt erstmal nur so Prototyp-Münzen. Die werden dann im fertigen Spiel auch ein bisschen anders aussehen. Aber auch da hat man natürlich irgendwie was Hochwertiges in der Hand. Und dann sind natürlich auch die ganzen anderen bisherigen Mini-Erweiterungen wie Schilde und Handelsrouten mit drin. Es gibt einen Team-Modus. Es gibt einen neuen Solo-Modus von David Turzi. Und es wird am Ende auch einen Insert geben in dieser Box, wo man die ganzen Sachen dann alle auch irgendwie schön reinsortieren kann. Da ist natürlich noch die Frage, wird dieses Insert halb leer sein, wenn man diese Miniaturen nicht bestellt? Man kann auch eine Möglichkeit wählen, wo auch nicht mal diese Schlösser drin sind. Da ist das Ganze irgendwie 10 Euro günstiger. Aber es ist wirklich eine Menge Zeug drin. Und was ich eben sehr schön finde, als jemand, der dieses Spiel liebt, Es ist nicht nur so, dass einfach alles größer ist und besseres Material und schöner ausschaut, sondern all die Sachen, oder zumindest die meisten Sachen, haben tatsächlich auch einen Effekt auf das Gameplay. Die machen es irgendwie einfach leichter, dieses Spiel zu spielen, komfortabler. Und da sind eben ganz, ganz viele kleine Details, wo man merkt, die haben sich wirklich Gedanken gemacht. Da ging es nicht nur darum, einfach nur irgendwie so viel Geld wie möglich irgendwie reinzuhauen, um das irgendwie aufzupimpen, sondern da sollte auch der Spielspaß verbessert werden. Und das ist tatsächlich das, was ich mir als Fan dieses Spiels über lange Jahre gewünscht habe. Jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf die neue Erweiterung, die in der Special Edition von The Castle of Burgundy mitkommt, nämlich die Vineyard Expansion. Da kann man jetzt sein eigenes Weingut hier noch neben seinem Fürstentum aufbauen. Das Schöne ist, das ist eine Erweiterung, die auch von Stefan Feld selbst entwickelt worden ist. Und ich finde, das merkt man diese Erweiterung auch an. Jeder bekommt hier so ein eigenes kleines Sideboard. Das ist jetzt nicht mal ein Dual-Layer-Plot, weil es hier wirklich der Weinberg hier in verschiedenen Schichten auch ganz gut abgebildet ist. Und auf diesem werden wir im Laufe des Spiels dann Doppelhex-Plättchen mit Weinreben draufbauen. Da gibt es also eine eigene extra Auslage. Sieht auch ganz hübsch aus mit einem eigenen Schwarzmarkt. Also wir haben auch jetzt hier quasi zwei neue Möglichkeiten, wie man an diese Doppelhex-Plättchen kommen kann. Und so haben wir jetzt in dem Spiel, wenn wir mit der Erweiterung spielen, noch zwei weitere Aktionsmöglichkeiten, also insgesamt sechs verschiedene. Wir können als fünfte Aktionsmöglichkeit hier ein Doppelhex-Plättchen mit Weinreben draften und das bei uns in unserem Depot zwischenlagern. Oder wir können so ein Doppelhex-Plättchen von uns aus in den Weinberg einbauen. Und da triggert man dann die entsprechende Aktion, die man abdeckt. Also das sind relativ mächtige Aktionen. Und auch hier wollen wir versuchen, natürlich unseren Plan voll zu puzzeln. Denn wir wollen diese Reben, die unterschiedliche Farben haben, so benachbart legen, dass wir möglichst große Gebiete mit der gleichen Rebenart am Ende des Spiels haben. Und um die zu werten, brauchen wir entsprechende Wertungsplättchen, die wir dann bekommen, wenn wir immer so eine Ebene voll gepuzzelt haben. Also hier findet sich quasi das zentrale Element von diesem Einbauen von Hex-Plättchen wieder und auch dieses Komplettieren von verschiedenen Bereichen, auch dieses Auslösen von unterschiedlichen Aktionen. Aber jetzt eben halt mit Doppelhex-Plättchen, die auch dann in dem eigenen Depot doppelt so viel Platz brauchen. Also wenn man sich so eine Weinreben geholt hat, dann hat man nur noch Platz für ein weiteres kleines Hex-Plättchen. Also da muss man schon wirklich genau überlegen, weil man dann einfach auch auf bestimmte Optionen verzichtet, auf den zentralen Spielplan. Dafür ist aber dann die Aktion, die man macht, relativ mächtig. Und auch die Punkte, die man am Ende des Spiels bekommt, wenn man da irgendwie all-in geht und versucht, seinen Weinberg auszubauen, die sind auch nicht zu verachten. Also ich finde ehrlich gesagt, dass sich diese Erweiterung sehr gut in das Grundspiel einfügt. Ich habe es jetzt auch mehrmals mit der Erweiterung gespielt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde es fast immer mit reinnehmen. Also sogar mit neuen Spielern ist es sehr einfach zu erklären, weil dieser prinzipielle Zugmechanismus und Einbaumechanismus ja sehr ähnlich ist zu dem Grundspiel. Und dadurch muss man gar nicht so viele neue Regeln dazu lernen. Also das ist wie gesagt die neue Erweiterung, die noch mit dazu kommt. Und natürlich kann man die auch beliebig kombinieren mit den ganzen anderen kleinen Mini-Erweiterungen, die da drin sind. Und so hat man meines Erachtens eine ganze Menge Variabilität und sehr viel Spielfreude. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich war begeistert, als ich das Ganze gesehen habe. Ich war natürlich ein bisschen overwhelmed, weil da wirklich so viel neues Zeug drin ist. Ich war relativ schnell irgendwie drin in der Kampagne. Ich habe mich auch früher sehr häufig darüber beschwert, dass die Bogen von Burgund irgendwie nicht besonders hübsch aussieht und dass ich mir das wünschen würde, dass das mal ein bisschen der Zeit angepasst wird. Und jetzt ist das der Fall. Deswegen war ich da auch schon committed und bin da natürlich auch mit reingegangen in die Kampagne. Was ich ehrlich gesagt noch nicht mit dazu genommen habe, sind jetzt diese ganzen extra 3D-Terrain-Teile von allen anderen Dingern, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob die 100 Euro dann tatsächlich das Spiel nochmal so viel besser machen. Nachdem der Pledge Manager jetzt dann nochmal aufmachen wird, werde ich nochmal reinschauen und vielleicht reißt es mich dann doch noch dazu, das auch noch mitzunehmen. Aber diese Grundversion, so wie sie da drin steht, die finde ich ehrlich gesagt hervorragend und ist für mich persönlich definitiv die bessere Variante eines ohnehin sehr, sehr guten Spiels. Was ich auch in der Grundversion schon jedem ans Herz legen konnte, weil es einfach spielmechanisch so schön und so elegant ist. Ich glaube, damit habe ich euch jetzt einen ganz guten Überblick gegeben, was in der Schachtel mit drin ist und wo die Unterschiede liegen zu den beiden vorherigen Versionen. Und ich freue mich, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dann!